Also der erste Moment, wo wir unten gestanden sind und der Transporthubschrauber runtergekommen ist und wo wir mit dem Schaltschrank hochgeflogen sind, da haben wir uns schon gedacht, oh wei, hoffentlich geht es da oben alles gut. Also für uns war das auch ein toller Moment, das Material hier hochzubringen, uns hier hochzubringen, teilweise auch wieder hoch und runter zu laufen, wenn wir irgendwas benötigt haben. Also das waren schon spezielle Anforderungen, die aber wahnsinnig viel Spaß gemacht haben und auch unserem jungen Team wahnsinnig viel Spaß gemacht haben. Darum hat sich auch unser junger Elektromeister auf den Award beworben. Wir haben uns entschieden, diese Abwasserleitung bis ins Tal zu bauen. Wir werden dann gleichzeitig noch Strom mit verlegen und Glasfaser und das ist meines Wissens schon einzigartig. Also ich kenne jetzt keine andere Hütte, die in diesem Stil erschlossen wurde. Wir sind eine Schutzhütte. Also das ist wirklich so, dass wir unseren Strom selber machen, mit einer Wasserturbine. Wir haben warmes Wasser über Solar. Wenn schlecht Wetter ist, kann man nicht duschen, weil es kein warmes Wasser gibt. Es ist so, dass die Hütte sich über eine sehr hohe Besucherfrequenz erfreut und wir dadurch von der Abwassensituation her was unternehmen mussten. Die 221 ist sehr hilfreich, weil man nicht nur für die Standardverklemmarbeiten die Klemme verwenden kann, sondern gerade bei der Inbetriebnahme, bei Tests, bei Simulationszwecken kann ich relativ schnell die Prüfung vorher durchführen, bevor ich dann unter Realbedingungen die Anlage in Betrieb nehmen muss. Wenn wir jetzt löten können, genau, aber ich kenne sonst keine andere Alternative, wo man das schnell in der Hand umdrehen und draufklipsen kann. Jetzt fängt der offizielle Teil an. Bekommst du hier diesen WAGO 221. Und jetzt möchte ich einmal noch einen großen Applaus bitten. Sehr gut, sehr gut. Ich freue mich wirklich. Es kommt bei mir sofort auf den Schreibtisch hoch. Sind Sie auch ein 221 Verbindungsheld? Jetzt bewerben mit Ihrem Projekt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.